Sehen wir uns zunächst an, wie wir Excel unter Windows 11 öffnen. Gleich werden wir uns das Ganze auch noch für Windows 10 ansehen. Ich habe hier Windows 11 geöffnet und alles, was ich tun muss, um Excel zu öffnen, wenn ich die App installiert habe, ist hier einmal auf mein Startmenü zu klicken und dann finde ich das Ganze entweder in meinen angepinnten Apps oder ich kann hier oben auf Alle Apps klicken. Und dann muss ich einfach nur noch runterscrollen, bis ich bei E gelandet bin und finde dort Excel. Ich kann das Ganze natürlich auch einfach oben in meiner Suchleiste suchen, indem ich hier also beginne Excel einzutippen und dann wird mir die App hier angezeigt. Ich kann auch überall hier, also zum Beispiel auf dieser App, einen Rechtsklick machen oder eben in meinen Apps einen Rechtsklick machen und dann kann ich das Ganze hier anstatt anpinnen, wenn ich das noch nicht gemacht habe, oder ich kann das an die Taskleiste anheften. Das wollen wir uns auch einmal noch kurz anschauen, indem ich das hier anklicke. Dann kann ich mein Startmenü schließen und jetzt habe ich Excel auch immer hier unten in meiner Leiste. Egal wo, also im Startmenü, bei angepinnten Apps oder bei allen Apps oder dann eben unten in meiner Taskleiste alles, was ich tun muss, um die App zu öffnen, ist das Ganze einfach einmal anzuklicken. Wenn ich das mache, kann es je nach PC ein bisschen dauern, bis das Ganze lädt und startet, aber nach kurzer Zeit sollte ich dann den Excel-Startbildschirm haben. Bevor wir jetzt anschauen, wie wir eine Datei anlegen, denn das ist bei Windows 11 und Windows 10 genau gleich, wollen wir noch kurz einen Blick darauf werfen, wie das Ganze bei Windows 10 aussehen würde. Ich habe zum Beispiel hier direkt auf meinem Desktop eine Verknüpfung zum Programm Excel. Es kann aber sein, dass diese Verknüpfung so nicht existiert und dann gehe ich zum Beispiel über das Startmenü in Windows 10 und kann hier einfach nach unten scrollen, bis ich zum Buchstaben E komme und unter diesem wird dann, wenn die Software installiert ist, Excel angezeigt. Genauso kann ich aber auch die Suche in Windows verwenden, indem ich hier in das Suchfeld einfach Excel eingebe und auch dann wird mir die App direkt vorgeschlagen und ich kann sie mit einem Klick oder hier mit dem Button öffnen einfach starten. Es gibt aber auch, vor allem wenn man Excel häufig verwendet, noch die Möglichkeit, einen weiteren Shortcut zu erstellen, indem wir das Ganze an unsere Taskleiste anheften. Das kann ich entweder hier direkt machen, da habe ich direkt den Punkt an Taskleiste anheften. Ich kann aber auch, wenn ich einfach im Startmenü in meiner Programmliste bin, auf dem entsprechenden Programm einen Rechtsklick machen und dann unter Mehr an Taskleiste anheften auswählen. Sobald ich das mache, sehe ich, dass wir hier unten ein weiteres Icon in unserer Taskleiste bekommen haben, das wir dann benutzen können, um Microsoft Excel zu starten. Fassen wir also nochmal zusammen. Ich kann entweder über eine Verknüpfung auf dem Desktop mit einem Doppelklick mein Programm starten. Ich kann über das Startmenü gehen in der Programmliste unter den entsprechenden Buchstaben mein gewünschtes Programm finden. Ich kann die Windows Textsuche verwenden, um das entsprechende Programm zu finden und zu starten. Oder schließlich kann ich, wenn ein Shortcut an meine Taskleiste hier unten angeheftet ist, ich einfach dieses Icon anklicken und dementsprechend in meinem Fall Microsoft Excel öffnen und mit dem Verwenden der Software beginnen. So, ich bin jetzt wieder zurück bei Windows 11. Wie gesagt, wenn wir dann Excel einmal geöffnet haben, ist das eigentlich alles immer genau das Gleiche. Alles, was ich jetzt tun muss, um eine neue Datei anzulegen, ist entweder beim Startbildschirm direkt hier beim Reiter Startseite einmal Neu und Leere Arbeitsmappe anzuklicken. Alternativ kann ich hier in der linken Leiste auch Neu auswählen und auch dort finde ich die Option einer leeren Arbeitsmappe. Es gibt auch viele Vorlagen, die man hier verwenden kann. Wir wollen jetzt allerdings zunächst einmal einfach eine leere Arbeitsmappe auswählen. Das klicke ich also an, das Ganze lädt wieder kurz und dann erstellt Excel eine neue Datei für uns, die wir hier bearbeiten können. Wenn ich diese Datei dann später wiederverwenden möchte, dann muss ich sie natürlich auch speichern. Und das macht Excel hier nicht automatisch. Fürs Speichern habe ich mehrere Optionen. Ich kann entweder hier oben diesen Schalter für automatisches Speichern aktivieren. Das funktioniert, wenn ich auch einen OneDrive-Account habe. Damit wird meine Datei dann in der Cloud gespeichert und ich kann online überall darauf zugreifen. Damit wollen wir uns jetzt allerdings nicht beschäftigen, sondern wir wollen unsere Datei jetzt einmal ganz altmodisch und traditionell auf unserem Computer speichern. Und dazu kann ich auch ganz oben in der Leiste hier entweder auf das Disketten-Symbol klicken. Ich sehe auch hier, wenn ich mich mit der Maus darüber bewege, dass dort steht Speichern. Ich sehe auch hier schon das Tastaturkürzel, das ich alternativ verwenden könnte, also Steuerung und S. Oder aber ich gehe hier ganz oben links zum Punkt Datei. Wenn ich das anklicke, komme ich wieder zu etwas, das aussieht wie mein Stadtbildschirm. Und auch hier finde ich eine Option in der linken Leiste mit Speichern oder Speichern unter. Und ich klicke jetzt einmal Speichern an. Egal auf was wir hier geklickt haben, kommen wir dann zu diesem Fenster und können auswählen, wo wir das Ganze speichern wollen. Je nach meiner Dateistruktur habe ich hier verschiedene Dinge vorgeschlagen, zum Beispiel wie gesagt einen OneDrive Ordner für Cloud. Aber ich kann das Ganze natürlich auch ganz einfach auf meinem PC speichern. Und die einfachste Möglichkeit ist hier auf die letzte Option unten durchsuchen zu klicken. Wenn ich das mache, bekomme ich einfach ein Explorer-Fenster von Windows und kann hier auswählen, wo ich das Ganze hinpacken möchte. In meinem Fall könnte ich zum Beispiel mal den Ordner Dokumente auswählen. Das ist hier auch schon ausgewählt und dann kann ich das Ganze noch benennen. Ich könnte zum Beispiel sagen, meine erste Excel-Datei. Und dann kann ich das Ganze speichern, indem ich einfach das hier unten mit Speichern noch einmal bestätige. Das Ganze lädt kurz und sobald wir das gespeichert haben, sehe ich auch oben in meiner Leiste, dass hier nicht mehr Mappe 1 steht, sondern der eben von uns vergebene Name, meine erste Excel-Datei, mit dem Vermerk gespeichert. Sobald ich meine Datei gespeichert habe, kann ich sie natürlich auch schließen, indem ich einfach rechts oben auf das X klicke, um Excel zu beenden. Und jetzt wollen wir uns noch kurz anschauen in diesem Video, wie ich diese Datei dann wieder finden und wieder öffnen kann, wenn ich sie wieder bearbeiten möchte. Dazu brauchen wir natürlich unseren Explorer, den ich entweder hier unten in meiner Taskleiste finde oder aber über Start entweder bei meinen angepinnten Apps hier bei Explorer oder auch wieder bei alle Apps, wenn ich ein bisschen nach unten scrolle, zum E bei Explorer. Dann bekommen wir eben dieses Fenster angezeigt und jetzt kann ich schauen, okay, wo habe ich das Ganze gespeichert? In meinem Fall war das der Dokumenteordner, den kann ich einmal öffnen und dann ein bisschen nach unten scrollen und dann finde ich, je nach Anordnung, in meinem Fall ist das alphabetisch, meine erste Excel-Datei. Wenn ich diese jetzt wieder öffnen möchte, dann muss ich einfach nur einen Doppelklick auf der Datei machen, dann startet Excel wieder für mich und unsere Datei wird wieder geöffnet, sodass wir sie bearbeiten können. Wir sehen auch hier ganz oben in der Leiste wieder meine erste Excel-Datei und hiermit können wir dann weiterarbeiten.